Ist Samsungs Mittelklasse noch gut genug? Das neue Galaxy A35 und A55 5G sind sich so nah wie noch nie. 120 Hz AMOLED-Display, 5000 mAh Akku und das fast identische Design mit diesem Hügelchen hier. Der Hauptunterschied ist der Exynos 1380 und 1480 Prozessor, der gut ist, aber keine Schnitte gegen ein Poco XX Pro hat. Dafür gibt es hier aber sogar vier Jahre Android-Updates und die immer gute Samsung-Kamera mit 50 Megapixel. Noch reicht das für einen starken Allrounder, aber bald muss man sich fragen.